ei gute wie hier ist wieder euer johnny und willkommen zu einem ja zur nächsten folge von der solo queue gucken hier das da das an habe ich ja genau das muss ich gerade überlegen was haben wir verwüstert es bleibt alles so wie es ist es ist nach obster es bleibt alles so wie es ist es ist kein tank was haben die da ein holy priest hier den kenne ich doch er sagt mir definitiv was ich frage ich mal auf dem block oder nicht da eigentlich also es ist nichts nichts tolles hier also nichts groß erwarten mal gucken wie weit die serie fortläuft moment nicht wundern halt mit wirklich bock hatte ich mich um ich habe auch nicht so viel bg gemacht mehr rbg aber das ist eine katastrophe das grausame moment das ist ja ja gut was aber man ist so und fertig so da ist der priester ist der lockt geht kann ich eh nicht unterbrechen kommt noch mal nicht mal langsam ihr kick wie ist es dann ich glaube das wirklich viel bringen noch mal noch mal fertig schildo vengeance das muss ich ich komme gerade nicht weg ist der lockt wieder gegenheilen nene 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 nicht den oh 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 ist auch nicht gut dann hin ach scheiße das immun ja äh noch kann ich gegenheilen wieder aber nicht langsam picken das ah scheiße ich bin ja vier durch ich bin so doof so ja 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 full concentration kick das weg kommst du schon mal nicht das kann ich dir sagen bis dann halb mich slow in boah ey das ist ja krank kickt wobei gut den damage den wir da fahren ist auch nicht gerade von schlechten eltern scheiße jetzt muss ich abbrechen dann habe ich gekickt stun ihn ach scheiße ach das ich raffe das einfach nicht ich bin so doof äh ich bin nicht zu doof äh es war auch keine ahnung ich bin auch noch nicht so ganz drin ich meine ich habe die beiden ledges ich habe keinen set boni aber ich bin da noch nicht das paladin enemy spec paladin heilig geil das seht ihr ja nicht ihr habt auch zu spinn ähm ich bin auch noch nicht so ganz drin ach keine ahnung mit dem shrinkert er ist ja immun da gegen die nächsten zwei ccs oder so das ding ist halt quatsch weil es hat keinen cooldown kein es hat glaube ich keinen cooldown kein intern irgendwie also es ist irgendwie merkwürdig es kann brocken und brocken und brocken und äh äh scheiße ja ja das ist halt keine ahnung ich weiß nicht ja ist dann wieder die fixer ne ich bleibe lieber drin so du kriegst ein stun jetzt hat er devcds ab jetzt hat ja keinen sinn den stun mal jetzt ich hoffe wir machen mehr sind mit devcds wieder wieder so christan ah fuck jo locker sagen er doch ein dot drauf ja komm pull durch das lohnen wir hier und ich pop dich wow 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 na ist dann jetzt muss das fällig ach ey schon wieder oh danke muss ich auch langsam schon wieder dev noch hinten angel extra stun nix ja jetzt war krass ok bringt nix wieder auch farrow scheiße das ist kratze ey farrow macht kein damage das ist so heftig das ist der schatze vielleicht so wo die brise da ist schon wieder aus der hall der wird vielleicht auf den brise gehen soll das ist halt immer die gefahr hier wenn man das hier macht dass man einfach nur drauf los spielt so so das mit sicher ja dem lander wird beides nicht wirklich sterben so mal weiter hin das pre-stun kümmern kann man was klatschen ah da ist die darkness so lang weil der kassiert nämlich halt richtig noch ich mache gleich langsam du bleibst nämlich hier wobei der heilt sich ja ohne ende siehst du das dann zurück zurück oh das ist ein Fehler mein das ist ein Fehler das ist ein Fehler gewesen ah das trinkt das trinkt das eigentlich zimierungsblitz ah der macht keinen damage bei dem wem macht denn der so viel damage da gibts hier 30 40 60 70 kar ne 54 kar war das was ich gesehen hab unwichtige nachrichten was hat er gesagt der schluckt ja schluckt gut das stimmt geiler da raus so fällst dann fuck junger krein Das ist ja kein D-R-Stun. Ich warte. Jetzt müssen wir auch den Rixer. Jetzt kommen wir da drauf. Ach, ey. Der arme Kerl. Das sind eigentlich nur Hexer und Vöbel, die gerade auf die Fresse gehen. Bei einem anderen ist es egal. Jetzt haben wir das nächste andere Heiler. Ja, nun können wir halt nicht hinterher, ne? Ah, der Monk frisst halt nicht. Der kann nicht so viel heilen. Wobei, er kann schon heilen. Oh Gott. Was war das? Das war ja übel. Das war... Haben wir jetzt drei gewonnen oder zwei? Ne, drei war das jetzt, glaube ich, ne? Das letzte! Zufall. Wo ist denn der? Zwei... Also das, wie gesagt, nicht zu ernst, denn das ist halt Solo-Queue, ne? und so weiter. So. Morgen, weißt du was. Ah, scheiße. Das ist der Null. Ah, scheiße, ist der Null. Der Monk ist halt echt lustig. Der Monk ist halt echt lustig. Was geht der denn da rein? Der Schwede! Das ist ein Heiler! Ja, was kloppt der denn die ganze Zeit damit rum? Oh, da kam einiges rum, gell? Der Demon Hunter hat mehr. Wie ist das unfair, dass der Decke halt? Ja. Ah, der hat kaum Damage gemacht. Ja, guck ich das mal an. Ah, ist der Monk? Wo ist denn der Monk? Hier. Warum hat der denn so... Ah. Warte mal. Warte mal. Warte mal, ich guck mal gerade. Nicht, dass ich da irgendwas Falsches sag. Ach, der macht Damage oder so, gell? Ah, ich seh's grad, ja. Wow. Ach, das ist wie stimmt. Der hat ja auch einen Playstyle ähnlich wie der, ähm, Holy Pallade mit der Vengeance Crusader war das, glaub ich. Naja, gut, okay. Also, ähm, ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Das hier in die Sonne. Tschüss.